Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Mission Batterie Base für den Amazon Echo Show 8, dritte Generation, 2023 Release. Echo-Ruhr. Steht auch hier drauf, das ist halt ein Standfuß für den Echo Show 8, der auch gleichzeitig einen Akku hat. Habe ich auch für den anderen Echo Show schon. Funktioniert wirklich super, dann kannst du jetzt schnell mal irgendwo hinräumen und den wollen wir jetzt mal anboxen. Den Echo habe ich ja schon angeboxt und ich will ja gleich das Hardware Video machen und so, dann können wir das nämlich gleich kombinieren. Standfuß Hardware und Echo Hardware in dem Video oder vielleicht mal kurz hier, ich weiß es nicht. So. Oh Gott, ich habe es mit Verpackung. Ah, jetzt. So. Karte. So, dann können wir den wegräumen. So. Oh, der ist größer als gedacht. Also auf dem Bild sieht er gar nicht so groß aus. Aber auch schön weiß. Oh, der ist schick. Der ist sexy. So, dann haben wir hier den Standfuß. Ich zeige euch mal von vorne. Das sind halt die LEDs dafür, dass er halt Strom hat oder dass Strom drauf ist. Hier steht auch Mission. Hier oben kommt der Echo rauf. Der hat dann hier Magnet. Und hier hinten haben wir zweimal Strom. Und ein An- und Ausschalter. Einmal Strom geht von der Schleckdose rein. Müssen wir nur gucken, wo was ist. Und einmal geht dann halt natürlich nach oben. Da müssten wir vielleicht doch mal nachlesen. Einer geht dann nach oben. Dafür ist hier dieser Adapter mit dabei. Der geht dann so. Ja. So. Aha, okay. Also der geht nach oben. Power Input ist auf der rechten Seite. Rechts ist Power Input. Knopf. Da. Okay. Gut. Dann wissen wir da Bescheid. Oh Gott. Entschuldigung. Ich muss mal schnell. Drei Kreuze, wenn es was kühler geworden ist. Und zusätzlich können wir das natürlich auch noch neigen. Nach vorne, links und rechts nicht. Muss ja nur nach vorne neigen. So könnt ihr das dann neigen. Und wie gesagt, das ist ein Magnet. Hier unten haben wir auch schön viel Gummi. Damit ihr auch wirklich... Also da wackelt die Kamera gleich mit. Die ist hier am Tisch befestigt. Also da wackelt... Da schiebt man gar nichts. Der steht richtig schön fest. Ist auch leichter als gedacht. Also den anderen, den alten Ding habe ich, der ist glaube ich ein Stück schwerer. Aber auch schön in weiß. Sieht bestimmt richtig geil aus. Machen wir auch schon mal den passenden Kabel da ran, wo er herangehört. Und zwar... Seht ihr das halt hier zweimal der gleiche. Ja. Der ist identisch. Der kommt dann hier rein. Und dann hier oben in den Echo. Und hier kommt dann der Strom. Ja. Finde ich auch gut, dass es separat ist und halt nicht ein Kabel hier rauskommt. Wenn der Kabelbruch hat, kann man immer mal so ein Ding sich auf Reserve holen. Aber da sollte der andere, der hat auch noch nie was passiert. Ja. Super. So. Dann wartet jetzt für das Unboxing und kurze Vorstellen. Wir werden uns jetzt gleich den Echo uns vornehmen. Also den Echo Show. Und dann werden wir den auch gleich mal in Betrieb nehmen und gucken, wie sich Alet schlägt und verhält. Bis gleich. Ahoi. Sagt euer Olin. Ahoi. Sagt euer Olin. 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 Sagt euer Olin.